Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier könnt ihr sehen, habe ich den zweiten Teil zu meinem Spiegel gemacht. Der Rahmen und die Beleuchtung. Einige habe ich ja den Wunsch geäußert. Sie würden halt gern sehen, wie ich das anmache, nachdem ich den Spiegel graviert habe. Und habe ich halt noch mal ein zweites Video gemacht. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, für den Rahmen. Da habe ich mir hier vier Leisten zugesägt. Mal grob. Und hier habe ich mir die Oberfräs eingestellt. Und jetzt mache ich mir die Nute, wo sich dann der Spiegel neu hockt. Und schalte ich mir auf. Wird jetzt ein bisschen laut. Das war jetzt mal nichts. Spiegel neu hockt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, habe ich jetzt die Nude hier eingefräst, wird dann noch ein bisschen geschläfen und dann muss ich hier noch eine Kante machen, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo sich dann die Rückwand neu setzt. So, jetzt baue ich hier mal geschwind um und dann wird weiter gefräst. So, jetzt habe ich an einen Fräser neu gemacht, habe das wieder eingestellt und jetzt kommt praktisch auf der Seite, wo die Nut ist, da wird ein bisschen weggenommen, damit ich dann die Blatt neu hocken kann. Aber das seht ihr ja dann zum Schluss. So, jetzt wird es wieder ein bisschen laut. So, jetzt wird es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, jetzt geht es dann weiter an die Bandsäge. Da nehme ich euch gleich mit. So, hier sind wir jetzt an meiner Bandsäge. Da habe ich mir hier mal so einen Anschlag gebastelt für 45. Hier kann man die Schraube rausdrehen, hier in das Loch neu für 90 Grad. Das wird dann gerade neu eingesetzt. So, jetzt mache ich einmal die Bandsäge absaugen, wird jetzt wieder laut. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Hälfte haben wir schon. Jetzt muss ich genau messen, was ich für Länge brauche. Und dann säge ich den zweiten Teil. So, hier habe ich jetzt mal den Spiegel hergelegt. Hier habe ich jetzt alles zugeschnitten auf Gärung. Und jetzt gucken wir mal, ob das so abpasst, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier habe ich jetzt mal den Spiegel hergelegt. So, wie wir sehr hier kommen. Ein bisschen ein paar kleine Abweichungen. Das muss ich dann noch ein bisschen zurecht schleifen. Ich habe das jetzt eigentlich schon im Rahmen drin. Und hier habe ich ja die Kante. Und da kommen praktisch dann innen die LEDs da rein. Und hier kommt dann so eine Rückwand. Und dann wird das Ganze verkabelt. Und dann ist es fertig. Dann kann die Tochter dann endlich daheim hinhängen. So, mache ich schon mal weiter. So, die Rahmen habe ich jetzt alles noch mal geschliffen. Und jetzt wird das Ganze verleimt. Und dann wird das Ganze schießt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt kann das Ganze erst mal trocknen. So, jetzt gucken wir mal, ob es getrocknet ist. Stündchen später. So, jetzt tue ich da, wo der Läum, tue ich noch ein bisschen die Kante verschleifen. So, jetzt ist das Ganze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, war ja nicht viel. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. Und dann geht es mal los mit Streichen. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. Und dann geht es mal die Farbe hergeholt. So, haben wir es innen schon mal. So, da kann ich es mal wälzen. Ja, lieber ein bisschen weniger Farbe. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. So, hier habe ich mir schon mal die Farbe hergeholt. So, das darf ich dirghatz własas? Das ist schon trocken. So, jetzt lasse ich das noch ein bisschen trockenen und dann drehe ich es rum und dann wird von vorne gestrichen. Da innen die Kante lasse ich hell und umso mehr ist da, wo reflektiert, damit es dann heller wird, wenn es leuchtet. Okay, gehe ich mal einen Kaffee trinken. So, Kaffee ist getrunken, alles schön trocken. Das geht halt schneller wie mit Lack. Jetzt drehst du das Ganze mal um. So. Und jetzt klebe ich hier noch schnell ab. Erst noch einmal mit dem Lappen, den Staub weg. So. 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 So, Schoenfett ish. so 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 voilá so noch ein zwei eckig sind da musst du noch einmal gucken ja so ist es gut so jetzt kann es trocknen in der Zeit mache ich die rückwand noch soweit fertig und dann kommen schon die leds neu so rückwand ist fertig innen habe ich sie weiss gestrichen außen schwarz hier habe ich den rahmen so gucken wir mal ja passt machst du jetzt hier oben drei und unten drei löscher neu da nehme ich von den Schrauben und da hält es so gucken wir mal das ist so das ist so das ist so ist noch so hier habe ich jetzt die leds kabel das klebe stand da unten ins eck und da muss hier muss noch ein loch neu das 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 ist das 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 ist das akku gerade noch gereicht so und klebe ich das alles mal neu mache den Deckel zu das ist ja so selbstklebend und wenn dann alles fertig ist und da zeige ich euch dann das Endergebnis so die leds habe ich jetzt alle neu geklebt ich hoffe man kann das sehen hier unten da habe ich das ganze gekabel jetzt gucken wir mal ob es funktioniert naja geht ja also das funktioniert blinken tut es auch so mache ich noch den Deckel drauf und dann gibt es den Showdown bis später so jetzt habe ich es ein bisschen dunkel gemacht jetzt gucken wir mal wie das aussieht mit 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 jetzt ist alles fertig und da kann es die Tochter kann es dann mitnehmen So das war's. Ich hoffe der Video hat euch wieder gefallen und würde mich freuen beim nächsten Video wenn wir uns wieder sehen und tschüss.